Gleich zwei Gründe gaben Anlass zum Feiern beim BHKW-Hersteller KW Energie. Neben dem Verkauf des 200. BHKW der aktuellen Smartblock-Baureihe, präsentierte der bayerische BHKW-Hersteller im Rahmen eines Tages der offenen Tür mit dem Smartblock 16 sein neuestes BHKW-Modell. Mit einer elektrischen Leistung von 16 kW bei einer thermischen Leistung von 37,5 kW schließt das neue Smartblock 16 die bisherige Lücke zwischen dem kleinsten Blockheizkraftwerk von KW Energie mit 7,5 kW Leistung und dem größeren Smartblock 22. Wie die Smartblock 7,5, 22 und 33 verfügt auch das jetzt vorgestellte Smartblock 16 über einen von KW Energie grundlegend überarbeiteten Kubota-Motor, einen serienmäßigen Brennwertwärmetauscher mit Abgasnachschalldämpfer und die von KW selbst entwickelte Motorsteuerung ECU 100. Doch nicht nur das neue Smartblock 16 stand beim Tag der offenen Tür im Fokus. Etwa 400 Besucher besichtigten die Produktion und konnten die verschiedenen Smartblock-BHKW auf den Prüfständen im Werk im Detail begutachten. Darüber hinaus erklärt die 36 Mitarbeiter des Unternehmens interessierten Besucher nicht nur alle technischen Details, von der Motortechnik bis zur Elektrik, sondern gaben auch interessante Einblicke in die Unternehmensgeschichte. Weitere Details zu den Smartblock-BHKW und dem Tag der offenen Tür bei KW Energie finden Sie wie immer auf unserer Nachrichtenseite in der BHKW-Infothek.